So, dann sind wir wieder bei Minecraft. Ja, wir sind immer noch zu zweit, bzw. Gameboy nimmt nur auf, ne? Und ich nicht. Oh, hier scheint ein Krieg explodiert zu sein. Enderman. Und hier kommen schon wieder die Zombies auf mich zu. Sie beten mich an, aber sie sind viel zu weit. Ich muss jetzt mal ein bisschen auf den Boden gucken, denn sonst liegt mich der Zombie. Der Enderman. Gar nichts. Es ist aber lange Nacht. Ah, es kommt langsam das Morgengrauen. Ja, und ich laufe weg, dann da war ein Skelett. Ich habe noch ein Zombie gehört, der irgendwo runtergefallen ist. Der ist bestimmt hier, der will bestimmt hier an den Traum. Jetzt kann ich die Treppe auch wieder nach oben laufen. Es sei denn, ich warte hier auf das Skelett, wenn es kommt. Ich lebe noch, ja. Nein, nur nicht, der Zombie. Ich habe auch nur mit Glück überlebt, gerade weil ich das Skelett nicht gesehen habe. Hinten ist ein Krönchen. Ja. Das ist ein Slimeball, lag einfach so auf dem Boden rum. Ist ja nicht toll. Einfach so am Grunde des Wassers. Hey, da hinten ist ein schwarzes Schaf. Yeah, cool. So, jetzt muss ich hier ein bisschen... Das ist um das, um ein bisschen steinig. Ich dachte, der ist somit da steht mit einem Mob oben auf einem Felsen drauf. Zack, zack, zack. Das ist ein Ländermäh nicht mehr, das ist, äh... Das ist mir nicht geheuer. Ganz. Dann sind wir jetzt. Zack, zack, zack. So, da hinten ist viel zu dunkel da hinten. Wow, wo kommst du näher? Ich? Nein, du noch nicht. Der Zombie. Ach so. Und das Gelände irgendwie. Ähm... Oh, ich muss wo. Und Treiber. Auch noch. Schön, alle kommen so. Ja, die wollen alle zu dir. Ich lebe noch. Mit so ungefähr zweieinhalb Herzen. Reicht. Äh, aber ich meine, es ist leer. Das ist natürlich dann nicht so schön. Hab da gerade noch was gehört. Was war das? So, erstmal hier wieder rauf, zack. So. Na, bitte. Jetzt kann ich mir hier schnell noch einen Steg bauen. Was geht's? Hier schne... Ich... Ach was. Das ist ja cool. Was? Hier ist so ein... Ich bin hier gerade unter so einer riesigen Schlucht und oben ist so ein bisschen die Decke zu... Da ist ein Loch in der Decke und dadurch schneit's rein. Da sind da so fünf Blöcke Schnee auf dem Boden. Oh, auch schön. So fünf Blöcke Schnee? Ja, okay. So. Von mir kann man wirklich mal verrottetes Fleisch essen. Nein, das hat mich nicht voll gemacht. Jetzt regenerier' ich mich nicht. Ich hab aber noch Äpfel. Ich glaube, solange das Hungergefühl nicht da ist, regenerierst du trotzdem. Ah. Ja, ich war aber nicht voll. Deswegen. Ja, ja. Auch wenn du nicht voll bist, glaube ich. Ich hab nicht regeneriert. Ne? Achso, okay. Na gut. Dann wird so gewesen... Oh, hier ist eine Mini-Wüste, glaube ich. So irgendwie drei Felder breit. Ich würde gerne da hinkommen, wo du bist. Weil hier ist ein vertrockneter Busch. Und ich glaub, die wachsen ja nur in den Wüsten. Gucken wir mal. Ich zieh da unten. Das ist ein Skelett. Da ist ein Creeper. Ich würde irgendwo... Zwei, zwei, eins. Reicht nicht. Wo war noch mal der eigenen zur Basis? Ich will die Basis wiederfinden. Äh, ganz unten. Also du musst den Berg ganz runter gehen, im Prinzip. Ne, das meine ich nicht. Wir sind sicher dazwischen durch, äh... Wir sind... Da waren ja zwei Treppen zwischen irgendwie. Ja. Du im Gerexting tötest mich nicht. Oh, da kommt ein Fepperslime! Der will... Wieso... Wieso... Wieso lebt der Creeper noch? Ich geh jetzt einfach mal die Wasserfall hier runter. Don, 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 don... Das wird eine blöde Idee gewesen sein. Ich bin nämlich auf der falschen Seite vom Berg. He, he. Ja, mit dem Wasserfall, das ist dann schon tricky. Dann schwimm ich ihn einfach hoch. Oh, go. Einfach zur Seite und dann nach oben. Ich pack mir mal meinen Feuerresistenzdrang ins Inventar. Nur zur Sicherheit. Weil hier so viel Lava rumfließt. Sehr schön. Ich bin im Sumpf angekommen. Das ist schon mal sehr herrlich. Wenn ich jetzt noch Getreide dabei hätte, könnte ich hier ein paar Schweinchen füttern. Hm... Hab ich leider nicht. Hier könnte ich einen Creeper füttern. Das will ich auch nicht. Da geht's nur nach oben. Hühnchen! Oh, Hühnchen hat ein Ei gelegt. Wieso brenne ich denn jetzt? Was ist denn das? Liebes Hühnchen. Ich verbrenne. Oder auch nicht. Was war denn das? Wieso habe ich auf einmal angefangen zu brennen? Hä? Ja, vielleicht... Alter, da ist schon wieder so ein Riesenslime. Kannst... Vielleicht bist du plötzlich ein Zombie geworden und die brennen natürlich im Sonnenlicht. Ne, da war ein Zombie aber bei mir. Kann sein, dass er mich angezündet hat. Ach so. Äh... 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 So. Jetzt geht's los! Mini-Slimes! Mini-Slimes, äh... Kloppen! Yay! Eigentlich sind die so süß. Ich will die... Ich will die eigentlich gar nicht insbringen. Oh, die armen Mini-Slimes. Die wurden alle getötet von einer geheimen Macht, die niemand kennt. Deren Namen niemand nennt. Ja, jetzt habe ich 20 Slime-Balls. Hm, wo kommen die denn her? Warte mal, wo ist jetzt diese eigentliche Höhle? Zu welcher Höhle? Zu unserer kleinen Basis. Ich... 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 Du musst doch nur ins Wasser runter. Oh, und mein Inventar ist überfüllt. Oh. Warum? Da ist unsere Höhle, ja. Ich will nichts wegschmeißen. Mob mich nicht. Ich habe endlich unsere Basis wiedergefunden. Das hat ja auch gar nicht lang gedauert. Nee, irgendwie nicht, ne? Nee. Ich will das Wasser zurück. Das war ein langer Weg. So, ich leere jetzt einfach mal den Wasser einmal hier aus irgendwo. Dann sieht das hier noch ein bisschen schöner aus. Dann gibt es ja auch noch einen kleinen Wasserfall mehr. Ja. Aha. So, und dann komme ich an mein Zeug hier ran. Ist ja nur ein bisschen was, was ich hier habe. So, über den Schnee, lass ich mal da rein. So, mal gucken. Was gibt es denn hier noch? Hier sind noch sie. Ich habe eine Bode gefunden. Oh. Eine Bode. Ach, cool. Ja, wahrscheinlich von irgendeinem netten Skelett, was den da gedroppt hat. Ja. Ist doch, ist doch immer schön. So, jetzt muss ich mir ein paar von den Zeugen machen. Und ich habe eine Höhle gefunden. Haha. Schön. Mal sehen, wie weit der... Oh, und jetzt leckt es hier. Oh nein. Nein. Böse Höhle. Böse Höhle. Die Höhle mag mich nicht. Ich wette, der kommt gleich ein... Gleich ein Creeper. Alter. Böse Höhle. Mach sowas nicht mit mir. Ich mag das nicht. So. Jetzt wieder. Hm. Ich habe immer Angst, dass in so einem Moment ein Creeper kommt. Und meistens ist das ja so. So wie das bei dir war. Ne? Ja. Oh, ich habe was ganz tolles gefunden. Was denn? Einen Spawner. Einen Spinnenspawner. Mach ihn kaputt. Wieso kaputt machen? Hallo. Und weißt du, was noch ganz viel mehr toller ist? Ich habe keinen Platz im Inventar, um ihn auszuräubern. Haha. Warte, ich komm gleich mal gucken. Ne, brauchst du nicht. Ich lauf dann einfach zurück. Oh, ich habe vor allem auch keine Fackeln mehr. Die muss ich mir jetzt erstmal basteln. Wo bist du reingegangen? Bist du bei uns zu dem Keller? Ne. Ne, wo den? Ne, sag ich nicht. Sag ich nicht. Niemand weiß. Doch, ähm. Ja, da auf der Insel halt, ne? In der Mitte von... Oh, Brot. Wow. Strings. Wow. Wozu brauche ich Strings? Ich will doch keine Frau. Ne Diamond Horse Armor. Und ein Namensschild. Für... Für... Für Pferdchen. Ja, toll. Ach komm. Nehmen wir erstmal das... Lassen wir mal die Peonis hier und nehmen dafür erstmal das Brot mit so viel Brot wie hier ist. So muss jeder Eingang. Ich bin jetzt auf der Insel. Findest du den nicht? Das ist doch gegenüber von dem Eingang zu unserer Basis die Insel ist gemeint, oder? Ja, das ist korrekt. Ist ja. Da musst du ein Stückchen geradeaus gehen in Richtung zu dem Tunnel, den du gegraben hast damals als war, ähm... Ja, genau, wo ich geradeaus durch bin, ne? Genau, genau. Ah, hier. Siebt. Und kurz davor... Nein, nicht kurz davor, aber ein Stückchen davor ist das halt. Ja, ich... So rein theoretisch... Oh, ja hast du zugemacht, ne? Hinter dir. Wo? Ach so, weil da Wasser reinkommt. Wo? Hä? Wo hab ich zugemacht? Wo hab ich zugemacht? Wo hab ich zugemacht? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo ich zugemacht hab. In dem Tunnel? Ja, in dem Tunnel. Da hab ich nicht zugemacht. Kann da Wasser rein an einer Stelle? Ja. Gut, das hab ich grad ein bisschen ausgebissen, aber kann mich von hinten nicht mehr durch. Ach so, oh, okay, ja gut, das war nicht auf Sicht. Ja, ja, gut, ich hab's jetzt ein bisschen umgebaut. Ja, der Tunnel ist dann ein Stückchen länger, und ich glaube, es wird jetzt echt Zeit, dass ich mir ein paar Geschwindigkeitstränke mixe, weil sonst dauert das einfach zu ewig durch diesen blöden Tunnel. Ja. Und ich hätte gerne einen Looting-Schwert, fällt mir immer wieder auf. Und... Ach, ich kann doch einfach mal ganz schnell... Ne, kann ich nicht. Ich hab wieder mal keinen Platz in der Mitte. Ah, scheiße! Ich werde die Hühner später vermehren. Das kann man ja immer nochmal machen. Ich bin doch schon unterwegs. Dann nimm ein paar Seats mit, wenn du hier bist. Du kannst ja die Hühner ein bisschen vermehren, oder so. Ich bin weit hinten noch, der Tunnel ist ja recht lang. Ja, das stimmt. Uh, hier ist ja kurz nach draußen. Ah, dann bist du... Oh, du bist ja schon fast da. Zack, zack, zack. War klar, einer fehlt wieder. Scheiße. Na gut, muss man halt so ein bisschen hüpfen. Dann laufen wir uns ja gleich entgegen wahrscheinlich. Ah, ich seh dich schon. Ich seh dich auch. Hihihi. Hehehe. Hihihi. 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 Ne. Das ist gar kein Gesicht. Was war das denn? Oh, das ist gar kein Gesicht. Wie lustig. Meine Karte, gut. Das hat mein... Oh, das ist hier so schön. Hm, ich komm gleich wieder, ne? Ich laufe jetzt erstmal ein paar Sachen hier ablegen. Warte mal. Oh, wenn ich mich nicht vertueben müsste, das... Oh, hier fehlt aber einmal. Ja, da fehlt eine Seerose. Habe ich leider eine zu wenig. Glaub, das war ein bisschen doof. Wenn ich mich nicht freue. Oh, hier ist ein Schwein. Ah, warte mal kurz. Mach das fest. Ja, so und jetzt sitze ich mal alleine. Oh... Ich除ke, ist es. 2.... Weil... ich bin ja fast weg. So, ich bin auch wieder da. Also... Nicht fast weg, sondern... Ja. Düddyddydüddyddyd. Ne, ich... Redete davon, dass ich kaum noch... Also dass ich weiß noch, verhungert würde... Achso. Komm mal zurück. Diese Schwein hier an. Es tut mir leid. Hahaha, ich komm... Diese Schweine hier an. ich komme seit so einer Ebene Wasserfall der Fließe so unter dass eine kleine Insel entsteht das Schweizer steht zwei Steine Schweine übereinander drauf ich gucke mir dann einfach deine Folge an das ist eine Verständnis steht auf dem Baum daneben ich hab kein Getreide aber du kannst die Hühner dann vermehrt man sagen gibt es da ja wahrscheinlich genug was ein bisschen Gras findet Schweißlein ja die spawnen ja da sehr bevorzugt ich hab jetzt auch 20 Slime Balls gerade wieder von der Tour obwohl ich nur 2 Slimes gesehen hab aber die haben halt schon gut getroppt jetzt höre ich ihn auf einmal nicht mehr Hühnchen da ist auch so ein Mobbing Slime da ist irgendwo so ein Mobbing Slime da ist irgendwo unter der Erde aber man sieht ihn nicht so ein Hühnchen ist paarungsbereit ha 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 ein paar Wurzungsbereit zwischen in jeder Menge ja ich weiß noch bei der Basis äh jetzt bei der Basis die ganzen Tintenfische hatten das war ja lustig ne das war woanders da warten wir bei dieser kleinen Höhle ja ja die erste Basis unsere erste Basis das kann man nicht was Basis nennen da war ja nix drin nicht mal die Kiste die Höhle ja die Höhle so jetzt muss ich leider erstmal hochlaufen äh so du kannst du nochmal fahren ich brauche ja Glowstone und das damit ich den schnellen Geschwindigkeitstrank basteln kann so und wenn ich hier Glück habe dann kommt wieder ein Creeper wenn ich hier während ich hier hochhüpfe aber äh bei mir sind gerade Creeper deswegen ja in dem Sumpf spawnen die auch ohne Ende ach scheiß das stand ja zum Zombie bei oh da ist auch ein Zombie aber der interessiert mich jetzt nicht der kann mich mal in Ruhe lassen verpiss dich Creeper verpiss dich äh Spinner 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 du kannst nix schlechte Spinner ne ich hab nen Creeper getötet hey mit dem Steinschwert ja kühl ja mach ich auch gerne reicht eigentlich eigentlich benutze ich auch ungern Diamantschwerter weil sie sind mir viel zu viel zu äh viel zu wertvoll dafür da ist ein Babyhuhn ein Babyhuhn ein Babyhuhn ein super Babyhuhn super Babyhuhn tadaa obwohl ich sie nicht mehr füttern kann laufen sie mir immer noch hinterher oh mir ist jetzt schlecht von diesem ganzen Kreisgerenne echt die laufen dir noch hinterher oh die armen die süß ich will dir ja was zu essen geben aber du willst ja nicht guck mich nicht so an die Hühner ach ja die süßen kleinen Racker vor allem wie die das sind ja die gleichen Köpfe auch auf den Babyhülern das sieht einfach komisch aus mit so einem riesen Kopf so jetzt muss ich meine geheime Kiste angraben ah Skelett hoffentlich hoffentlich na die ist ja jetzt ein Enderman ist mehr da Enderman so was brauche ich denn ich brauche meinen Braustand oh und ich bräuchte ein paar Glasflaschen und dann krieg ich mir erstmal mehr das ich komm mal zurück das ist mir grad ein bisschen unsicher ja mit Endermans und Skeletten ja ich brauche uns jetzt erst mal ein paar Tränke und dann dann können wir in ruhe über das Fleisch nicht mehr reinpfeifen pass auf eier ich habe noch eier hoß Schweinefleisch und ich brauche immer noch Milch ich brauche immer den Kühe und Scheiß die folge ist zu Ende okay naja ich brauche Glas 1,2,3,4,5,6 so sind dann 6 Glasflaschen brauche ich nur noch den Crafting Table ich muss echt noch mal ein bisschen an der Zusammensetzung meines Hoses arbeiten ich muss gerade gucken ich kann kurz runter und dann schnappe ich mir da hinten das Schwein und nicht das arme Schwein schnappen ah klar Mensch das Getreide wächst und gedeiht ja echt schon boah drei Schweinefleisch hat es getrunken drei Stück drei Stück das ist echt nicht schlecht so hier ist auch noch so wenn ich jetzt nicht die Monster in Ruhe lassen dann habe ich echt Glück zack zack so da kommt so hin und hier kommt dann auch noch zack 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 und zack das war gar nicht die Kontersprung muss ich sagen aber ja und hat die schon über länger ich würde ich sagen na ja auch nicht stört das nicht ja dich stört das nicht das ist klar du kannst auch einfach weiter passen aber ich muss die Folge hier beenden also singen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Minecraft ja macht's gut tschüss das ist ja auch nicht so das ist ja auch nicht so ich muss das ist ja auch nicht so ich muss Vielen Dank.